So, eh, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, alles klar. Ja, alles klar. So, und dann die Linie noch. Och, der will zwar auf die harte Tour. Den nehmen wir uns. Der will zwar wirklich auf die harte Tour. So, jetzt. Und tschüss. Ja, ich bin ja schon da. Du bist die, die langsam macht. Ja, rumhumpelt. Hör mal auf, wenn der Schei ist, hier rumzuhumpeln. Wollen wir nicht mal sprinten, ne? Uiih, sie kommen näher. Oh. Von vorne. Und was soll ich denn fetten? Zack, zack, zack. Aua, beide auf mich? Das ist aber mies. Ich kann mir mal helfen hier. Ich habe ja so viele Probleme. Aber was ist denn, wenn ich den Bogen schütze? Ach, jetzt hinne. Huch? Bist du jetzt hin? Warum läuft sie denn die ganze Zeit auch im Kreis? Na, mal auf damit. Das ist die Realta Brücke. Realta Brücke. Ah, jetzt ist wieder alles okay, oder wat? Habe ich die jetzt angeheuert? Jesus. Also tragen wir sie halt den Rest. Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Honorato Rosa. Ich bin Ezio. Ich weiß. Uh, du, 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 du. So. Wir kennen uns alle mal. Rosa. Rosa. Rosa, Rosa. Au. Ja, meine Güte. Jetzt geht's aber los hier, oder? Au. Nimm sie wieder. Die Waffe. Rosa. So. Wir haben sie gleich geschafft. So. Er hat mein Geld. Vorsicht. Geht. Ich übernehme die Wachen. Jetzt müssen wir die eskortieren. Wir sind schon am Rand. Können nicht schwimmen. Ja. Hui. Ah. Bloß nicht ins Messer. Hast du ein Messer dabei? Hier steckt doch ein Messer. Ja, ja. Dankeschön. Äh. 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 Das ist mir gerne. Lebt noch. Jetzt nicht mehr. Oh, ist hier sie nicht. Das kann nicht so schlimm sein. Hm. Hast du was dabei? Das ist der Blut. Müsst ihr mal Zeit. Ja. Geh mal mit. Oh. Wenn haben wir da oben noch? Haltet ihn. Ohra. Was hast du von deinem Leben? Tschüss. Autsch. Jetzt läuft es aber. Okay. Lass mir ein bisschen Zeit. Ich habe nicht alle Zeit der Welt hier. Ich will ein bisschen aufpassen. Was? Tschüss. So, niemand schießt hier. Hier da oben. Ich sehe ihn ja schon. Du bist der Nächste. Hup, hup, hup. Uh, so cool. Nett. Tschüss. Es muss aber Zeit sein. Tut mir leid. Äh, ne, 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 ne. Und den da. Okay. Ähm, da geht es lang? Okay. Äh, ne. Warum holen wir uns hier nicht von einfach in der Sitzung? Okay. Ich darf nicht so viel. Nicht so viel Fragen stellen. Haben die? Ah, die kommen. Sind sie hier noch? Ne, sind sie hier nicht. Ich glaube, hier ist schon irgendwo. Wir gehen mal ein Heimer. Ah, da ist er ja schon. Der Heimer Eingang. Hier ist der Räder schon. Und ich gehe oben lang. Ich warte hier. Wuuu. So, kommen wir jetzt mal endlich. Wir haben ja die Anzeige gehabt, diesen komischen Aussichtszag zu machen. Ich prüge mir mal ein bisschen Medizin. Habe ich hier genug. Wuuu. Einen kann ich mir mal gönnen. Dafür kann ich zusehen, wie meine Ausrüstung trocknet. Immer noch nass. Immer noch nass. Jetzt ist sie nicht mehr so nass. Kommen die jetzt hier rein. Oh nein, sie haben sie festgefahren. Oh nein. Ich dachte doch, nein. Kein Glück. Was ist das denn? Wo hängt da so einer drauf rum? Ein Toter? Er ist tot, Idioter. Beten kannst du später. Hochko, Dämonio. Ich muss zu... Ich muss zu Antonio. Vorsicht. Lass mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Ja. Komm, ich kann das ja wohl besser als du. Hey, hey. Aufwachen. Mein Gott, der hat nur einen Pfeil abbekommen. Macht ihr so, als würde sie sterben. Schlimm kann es jetzt auch wieder nicht sein. Wir brauchen Hilfe. Sollte sie eigentlich ins Wasser werfen. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Mhm. Mach jetzt mal hin. Warum haben wir sie nicht gleich zu... Leiche ablegen. Tod ist jetzt aber wirklich noch nicht. Hilfe ist auf dem Weg. Oh Gott. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nicht! Tut mir leid, Nicola. Nicola, schieb dir dein Mitleid in den Hinten! Geh, hol Bianca. Mach schnell! Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Stopp in die Wunde. Oh Caputana! Ben Fatt, ihr arbeitet gut unter Druck. Was? Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsch dir den Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hura von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Ja, sehr richtig, ne? Dann will ich sie verlieren. Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Mhm. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Ein schönes Arbeit, wenn auch... etwas ungeschlissen. Halt die Wesen. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Lüro. Wir haben etwas zu besprechen. Ich befinde mir jetzt den Cappuccino. Nö, ich habe jetzt keine Minute. Wichtigeres zu tun. Richtig Wichtigeres zu tun. Achso, ich darf da noch gar nicht... Oh! Hallo! Wen haben wir denn da, ne? Da habe ich Wichtigeres zu tun. Ich glaube nicht, dass ich da... Doch, ich komme da hoch. Ring! Ring! Sie waren fast alle Helden. Aber siehst du, wie der Stammraum unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die Heben. Und Menschen stehlen, was ihnen nicht gebührt. Was ist das? Brüder! Oh, nee. So, up. So, up. So, up. Oh, nee. Oh, nee. Echt jetzt? Oh, nee. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Das muss halt stimmen, ne? Ich weiß nicht, wohin das muss. So. Ja, so muss das sein. So. Nee, so. So. Ja, so. Und der Satan sprach zu keinem. Schwöre mir bei deiner Kede. Wenn du es verrätst, wirst du sterben. Hallo. Okay. Äh, so. So. Nee. So. So. Okay. Oh, shit. Ach du meine Güte. Wird ja immer komplizierter hier. So. Und diesmal, dies geschah alles im Geheimen. Nein. So. So. Und kein Schuh. Ich bin wahrhaftig Mahan, der Meister des großen Geheimnisses. Noch eins! Es reicht aber so langsam mal. Sind das Eier hier in der Mitte vom Bild? So. Ist das so? So passt, ne? Und... So. Das war schon richtig, ne? Oh, nee. 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 So. Und das noch an die richtige Stelle. So. Geschafft. Darum wurde kein Meistermann genannt und rühmte sich seiner Schlechtigkeit. War es das jetzt? Ja. Obacht! Das keinsmal! Das keinsmal! Alles klar. Alles gut.